Und damit seid gegrüßt und in Zweige genommen haben wir uns zu einem Adventskalender 2022 auf YouTube. Etwas anders dieses Jahr. Wir spielen in 24 Parts. Dieses Jahr guckt man lieber. Okay, Dubst-Type-Intro. Ja, Pokémon Reborn. Das fing ja mit dem Intro schon sehr gut an. Ein kleiner Fan-Hack von, so klein ist es gar nicht, ein großer Fan-Hack von, blende ich hier ein, dem Entwickler, der das gemacht hat. Weiß ich gerade nicht, ist mir gerade entfallen. Für mich nicht alles tröscht. Die Jugendartikel, die ich im Schnitt einblende, korrigieren mich, weil es falsch liegt. Mit RPG Maker gemacht. Ein weiteres Fan-Hack-Game für den PC. Pokémon-Spiel von Fans, viel Fans. Hat jetzt relativ wenig mit Weihnachten zu tun, aber ich dachte, das wollte ich schon immer mal machen. All die Jahre wollte ich mal ein Let's Play. jetzt Adventskalender, Video, Dings machen. Und ich denke, da fangen wir heute mal an. Und starten 24, 25, mal schauen wie viele Parts. Aber eine halbe Stunde ungefähr jeweils. Genug umgestammelt würde ich sagen. Spiel ist auf Englisch. Verzeiht mein Englisch, wenn ich da ein bisschen, wenn ich ein bisschen blöd das Ganze lese. Ich werde mein Bestes geben. Ich trainiere ein bisschen mein Englisch, mein Englisch Skills und werde die Dialoge auf Englisch vorlesen. Lacht mich nicht zu sehr aus. Und ich hoffe, euch gefällt es. Ja, hohen war eine Stadt, mein neues Spiel. Also Englisch, Funkleser mit deutschen Kommentationen. Also meine Anmerkungen werden auf Deutsch sein. Und das meiste, was ich vorlese, ist auf Englisch. Habt glaube ich schon verstanden. Also ja, ich, ich stamme hier Blödsinn zusammen. Also auf geht's. Nice game. New game. Station Master here. We've got your boarding passes. Another one for Reborn City. They sure have been pushing that new league. Let's see. Mitch one of these was it. Ah, okay. Und da haben wir schon den Bildschirm, wo wir uns den Charakter auswählen können. Können wir ein Aussehen für den Charakter suchen. Entweder so. So können wir auch sehen. Das gibt es auch noch. Können wir das Outfit haben. So. So können wir auch aussehen. Mal machen wir auch den hier. Puh, das ist eine schwere Auswahl. Ähm. Das ist gar nicht schlecht. Der sieht natürlich selbisch aus. Ähm. Welchen wollen wir nehmen? Blondie ist jetzt, ich weiß nicht. Ähm. Tentiere starb zu ihm hier. Oder zu ihr hier. Oder. Ja, das sieht, das ist eigentlich weiße Haare. Weiß ich nicht. Aber. Ähm. Mit wem wollen wir die restlichen 24, 23 Parts spielen. Punkt. Diese Entscheidung. Hm. Ein klein sehen die so aus. Okay. Würde ich gleich sagen. Bei Weihnachten, das passt weiß ganz gut. Ähm. Da würde ich das, was Adventskalender Projekt ist. Nehmen wir die Charakter hier. Das ist Jungen. Yes. Ich hab'n ihn look like it. And what was your name again? Okay. Mein Name. Mein Name ist Max. You said Max. Wait. Yes. You got it. Oh, gee, haben wir das absolute Highlight. Oh, gee, haben wir das absolute Highlight. Auf das. Auf das. Okay. Da wird meine Kundennummer. Platz Nummer 5D haben wir. Meine Grandview Station aber mal hin. Ein Erwachsener. Und Typ SGCI, wenn ich das richtig gesehen habe. Also. They're all set. SGL. Just between you and me. And they're all a better and fans post. I hear we won't see this kind of a dump. Why anyone would wanna go, der is beyond me. Okay. Er versteht mich warum wir hin müssen. Also. Ich werde es nicht übersetzen. Englisch. Englisch. Kenntnisse sind nötig. Ähm. Ich werde es nicht versuchen das zu besetzen. Wir sind hier im Zug. Also ganz, ganz grob zusammengefasst den Anfang zu uns versucht zu besetzen. Wenn ich übersetze ich ab und zu mal Stückweise. Ähm. Wir sind hier im Zug. Der Schaffen hat uns kontrolliert und führt jetzt mit uns gemeinsam die Karte aus. Warum auch immer. Ähm. Und sagt uns jetzt. Das war eine Grandview Station ist ein. Ist ein abgelegenes Kaff. Und äh. Er versteht nicht warum da irgendjemand hin. Hinfahren wollen würde. Das ist ein bisschen. Ja. Wir sind abgelegen und doofig. Und jetzt. Bunchal. You ambitious train attack folk. Have been heading out in doofs. But off you go now. Train's leaving any minute. Sorry for my bad anguish. I try my best. Da fahren wir ja dahin. You wish to view the controls of the game. Ja. Lass mal kurz zeigen. Ähm. Kann ich schaden. C ist der A button. Tompun select. Okay. Jetzt müssen wir uns merken. Es wird schwierig zu merken. Ich hoffe die Steuerung kann ich. Den kann ich auch im Spiel dann irgendwann mal aufrufen. Weil wenn ich das Tag für Tag spiele irgendwann. Ich will das nicht alles an einem Tag aufnehmen können. Deswegen. Ja. C und X sind so A und B Button. Z ist run. Ach du heiliger. Ähm. Es ist registered item. Es ist mega move. Okay. Wir werden sehen. Kontrolls kann be reconfigured. From the menu. By pressing Fx. Okay. Ah. Okay. Wir werden sehen. Der Zug durch die Wüste. Wir werden sehen. Der Zug durch die Wüste. Okay. 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 Thank you very much. I'll see you when we get into the city. Alright. Hello there. General Kenobi. Here I am. want gutes to know. Sorry for the wait. To wait. Hey This way. My name. Aber die Wahrheit ist, dass nach dem Inziden ein paar Jahrzehnte, die Ruhr-Region war fast komplett bedohnt, sogar bei den Pokémon. Aber nicht so, dass das aufhören Sie. Es kann nicht so sein, dass unsere Gym-Leaders sind wie nichts, die wir nie gesehen haben. Und ich denke, wir werden Reborn zu sein, wie keine anderen. Ich komme zurück aus der Stadt, aus der Stadt. So, ich dachte, ich werde mich als wäre, um mich zu erinnern. Und um einen Start-up zu machen. Und um einen Ringstation. Could I see your warning tickets, please? Hm, Max? I guess it's that time already, hm? Well, okay, I've got you down. No, if you don't know what I'm talking about, just feel free to skip this. But were there any special instructions or passwords you had for us? Passwords? Passwords? And the text doesn't do it. I'm sorry, I'm not sure what that would be. Would you like to try again? I have no idea. All set then. We are almost to Grandview Station. So after we disembark, just follow me to the Grand Hall. There I'll give you a startable one to really kick off your adventure on Rebo. Sound good? What? Then if you... Something's not right. Shouldn't we be declarating already? Oh no! Move! Oof! What is going on? We don't know what's going on. Oh man! No 세계-level-20. Why? Wieso sind wir? Wieso sind wir? Wo sind wir? Thank goodness, du bist okay. Das train exploded, als wir jetzt in der Stationen geflogen sind. Ich bin nur glücklich, dass ich uns aus der Zeit rauskomme. Aber jeder weiß... Wow! Es ist kein Problem, zu denken über das. Warum hat das zu passieren? Wer würde sogar... Hehehe! Julia? Julia, was hast du gemacht? Waaat? I didn't do anything. It was a gym... Gym... And then suddenly... So I came running. Cause, you know, if things are exploding, I gotta be there to see it. Uh oh. Based on the timing, this must have been a deliberate attack. Somebody rigged the train to destroy Grandview Station. Or maybe it was. If they did want to destroy it, they could try it a little harder. I mean the structure still standing. What's up with that? This is like 6 to 10 job at best. Anyway. Whoever was behind it could still be monitoring from nearby. I have the... Perimeter looked down. We... We may... Yet catch them. I'm going ahead, Max. There's another trainer that... Was want to ring star with you at the same time. So find her and then come see me. I'll be in Grand Hall. Just don't this road. You can't miss it. Don't worry about all of this. I have it completely taken care of. Julia Max. I'm Julia. Captain of cheer and pep and all things bubbly and bright. Oh. Popcress. Are you going to take on the reborn Meek? Um. I think yeah. Correct. Then I'll be seeing you very soon because I am also the electric gym leader. I'll be looking forward to your challenge. So go on. Get down to the Grand Hall. Already. Would you like to save the game? Yeah. Machen wir das mal. Save the game. Ok. Wir können uns bewegen. Kurz mal zusammengefasst was passiert ist. Der Zug ist. Also wir haben einen Zug den. Keine Ahnung wer er ist. Und irgendein Chef ist da hier. Den wir gleich in der großen Halle treffen sollen. In der Haupthalle. In der Stadt. Ähm. Und dann ist irgendwie. Wir haben gesehen wie ein Geist oder irgendwas hinter uns aufgetaucht ist. Und auf einmal ist der Zug in die Station. In den. In der. In den. In. In den. In die Bahnhof rein gecrashed. Und jetzt. Ja. Haben wir Julia getroffen. Die hier, die elektroab ouren eine netterin ist in dieser region und die würden uns dann auch in der handel großen alle treffen jetzt mal groß hatte ja und wir sonst kein kopf drüber machen über das was sie beschehen ist erst ein bisschen begeistert davon weil sie gerne unfälle sieht oder irgendwie das gerne krachen würde und gerne gestern ist von sowas von zerstörung und so wurde gerade uns kein kopf drüber zu machen das ist das wird schon werden sich die polizisten hier rumkümmern wird schon irgendwer was machen die device was remotely triggert according to the radio signal the detonation device had to have been in 50 food radios okay wenn die polizisten drüber reden die musik ist ein bisschen speziell um ja fennec so drüber es ist gut arm Das ist gerade so groß geschafft, was mit den anderen Leuten wieder zu gut im Abteil saßen passiert ist, das weiß keiner. Ein großer Unfall ist hier passiert. Ok, hier ist ein Standweg. Ok, da kommt jemand nicht nach Hause. Ok, da kommt jemand nicht nach Hause. So, was meine Fiance? Was haben wir das blödet? Diese Polizei will nicht mehr gehen. Ich kann nicht zurück zu meinem eigenen Haus, wegen dieser schlussischen Lockdown. Aber ich bin sicher, dass es eine letzte Lockdown ist. Diese Umgebung ist auf dem Temporal Lockdown, bis die Situation unter Kontrolle ist. Hier wird es abgeriegelt von der Polizei. Damit die Zeugen nicht entkommen. Wenn nur du wusste, was die Stadt früher war, war fantastisch. Okay. Manchmal kannst du Pokémon auf der Straße finden. Das ist fast eine bessere Weise, die von der Wild. Du warst auf dem Train, den du abgeriegst. Du schaust dich. Hast du gehört? Hier, holst du diese Portion. Oh, okay. Wir haben einen Trank geschenkt bekommen. Damit die Medizintasche verstaut. Was? Ich weiß nicht, dass es für Menschen nicht funktioniert. Aber es geht einfach. Okay. Stimmt. Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es nicht sagen. Ich habe das vergessen. Hey. Willst du mich passen? Lass uns ein Pokémon sehen. Auf der Trainers-Lokation. Warum? Weil ich es gesagt habe. Das ist das, warum ich nicht rausgekommen. Okay. Wir dürfen noch nicht wissen, was er erst gesagt hat. Ich sage der Chef. Dieses Ort ist trash. 30. Absolut. Halt. Was sind Sie da? Okay. Warte zurück. Das hier ist Obergach. Das bedeutet nur Trainers. Das bedeutet nicht dich. Warte zurück. Okay, ja. Wir dürfen noch nicht lang. Das ist die große Hanna. Da kriegen wir vielleicht gleich einen Pokémon. von dem möglicherweise Professor. Every study I have done confirms that this water is making people sick. Why does the city keep denying it? Okay. Der Doktor hier. Der Wissenschaftler. Der Wissenschaftler. Das ist das Wasser hier. Die Leute krank machen. Aber die Regierung oder so. Die wollen da nichts mit zu tun haben. Hey. Are you Max? I'm Victoria. It's a pleasure to meet you, but is everything okay? I heard what happened at the station. Well, you are here, so I guess you are all right. Let's go ahead and get registered. Don't worry, it shouldn't take long. Let's go outside. X-Labor. 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 X-Labor X. Oh nein, bitte nicht. I'm happy, because I turned to take long. I'm happy, but my waste is over time. But for that, we have nothing to do. wiem, oh, you are here already, you're good. There is no sign of any suspect yet, but I've got several officers out searching the area. Suspect? In the station? Bombing? That's right. If anyone responsible for the incident is in the area, we'll find them. But until then, we'll probably have to restrict travel between the worlds. Anyway, new trainers don't need to worry about all that. It'll be taken care of. Let's finish your expectations. Obviously, the main event is picking a starter. Max, can you go ahead of me? I don't mind. Why it's this way then? Okay, we can use a starter bookman or so on. Okay, this isn't the book, well. These bookmen are all set aside for new trainers to choose from. The tables go from top to bottom in order of glass, fire, water. And the bookman are arranged from left to right in order. They were covered. Go ahead. They are one you like. Okay. Okay. There are many books. There are many books. Bulbasaur. Look at that. What's this now in German? Chico Rita. Leaf bookman. Crico. Wood gecko. es sind jetzt alle pflanzen und feuerstater und wasserstater der einer generation ok es wird es war noch was war dass sie das war dieser sagen das muss ich mir übersetzen ich bin ja nicht so gut in den englischen namen sekunde so hier haben wir so das müsste ja das müsste ja dinge zeigen ja hibisa sagen ist auch bieser haben gerade nicht eingefallen so star E-R-O-T-E-R-O-K-E-M-O-N Äh, Generationen Englisch Dieser Samen haben wir hier Müsste das, wenn es nach der Generation geht Chico Rita müsste N gewesen Ja, ist es Okay, Ende Dann kommt Kikabo Chico 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 Das müsste Chilast sein Chilast 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 Guck mal Generation 4 1,2,3,4 4 Generation 5,6,7 Ich glaube hier kaum, dass alle 7 schon drin sind Snivy Müsste dann sehr viel frei sein Ja, ist es Ich glaube sehr kaum Ich glaube sehr kaum Chespin Das ist eine wichtige Entscheidung Wir müssen jetzt hier ganz, ganz, ganz Sorgfältig sein Chespin müsste dann In Camaro heißen Deutsch Ja, ganz genau Und dann haben wir hier Wauditz Wauditz Chimpat ist da noch nicht drin So aktuell ist das Spiel noch nicht Ähm Ähm Philori aus der neunten Generation auch nicht Ähm Ähm Sitz das dann ist dann Neunte Generation Bautz 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 Igamaru Seppifuil Chilast 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 Okay Und das sind wahrscheinlich dann den anderen Bei feuern Wasser dann auch genauso Müsste das demnach Müsste das demnach Flamiau sein Und dann Robbal Litten Okay, ja Litten weiß das war der richtige Name dann Okay, also wir haben jetzt die Auswahl Das ist eine riesige Auswahl Das ist eine riesige Auswahl Meine Fresse Wenn die Auswahl zwischen Ziemann nochmal auf Bisasam Bumanda Shigi In der ersten Reihe Also hier Bisasam Bumanda Shigi Andy W Feuerriegel Karimahami Gigabo Flemny Hydropi Chilast Panflam Klimfa Seppifuil Flemny Otaru Gamaru Fynx Forxing Und schlussendlich Bauts Flamiau Robbal Ach du Schande Ich habe doch keine Ahnung Die ganze große Auswahl Ich meine, wir können es schon mal für eine Kategorie entscheiden Verbrauch Verbrauch Es gibt auch ab und zu mal so Es ist Okay, sag ich mal was Ähm Ein Bugmann Generation 1 Wer ist Blumanda? Also meistens das vorher Guckt man Ich habe es nicht zur Auswand Irgendwo die auch nicht Ähm Blumanda Würde ich nehmen Okay, in der zweiten Generation Ja Es ist schwer zwischen Karnimani und Feuerniger Aber Ich habe mich schon Feuerigenehm Dann wäre ich aber bei Generation 3 Bei Hoenn Wer ich definitiv bei Gikabo Also das Flemny Tut mir leid Da gehe ich den Feuerstart dann ein bisschen fremd Ähm Panflam Meine Liebe Meine Einheit Eine innige Liebe Pokémon Fatica Nation Meine Das sind nur Regionen Mein Damals mein erstes Spiel gewesen Mein erstes Pokémon Spiel gewesen Panflam Also Definitiv Obwohl ich auch schon ab und zu mal blind vergenommen habe Aber definitiv Panflam Ich wählen dürfte Einall Ist natürlich Und Zauber und Freund Naja Und Carlos Da habe ich dann Da habe ich dann Pfingst genommen Und Aluna Und Die siebte Generation Bin ich ganz ehrlich Da bin ich ein Fan von Der mich ein Fan von Bautz Mit Wasserbocken hatte ich schon mal gar nicht so Außer Blinz habe ich auch schon mal genommen Aber Wenn ich mich entscheiden sollte Definitiv Feuer Und Seiden Aluna Das Starter Das Starter der Bautz Obwohl ich mit Flamjau auch schon gespielt habe Ich glaube Pokémon Sonne habe ich mit Flamjau gespielt Und Pokémon Ultramond mit Bautz Man wird ein Spiel davon die das stärkste Von Feuer Pokémon Wenn wir es da mal festlegen Also stärkste dann wahrscheinlich Flamjau auch Wenn du mit Der wird ja schnell zum Ringkämpfer Da fehlt alles Da fehlt schon mal später alles Was Feuer ist Da fehlt alles Da fehlt alles was von Vor der vierten Generation Definitiv raus Selblich Feuer Wenn ich dann überlegen Wäre mal cool Habe ich noch nie Ich selbst habe ich noch Selbst hier vorher habe ich noch nie gespielt Ähm Deswegen wäre es mal cool Ich habe bestimmt mit Flamjau gespielt Oder mit Otaro Obwohl ich sehr gut aufnehmen würde Obwohl ich sehr gut aufnehmen würde Ich widerspreche mir glaube ich selbst habe ich eben gerade gesagt Ähm Brandflammflammflamm Feuerhige Das ist entweder Glumanda Glumanda Feuerhige Feuerhige Ok, Panflamme, Panferno, das ist ein Würfel, der hat drei Seiten, simulieren, das ist Panflamme. Entwickelt sich später zu Blurak? – Charmander... Ja, das soll es sein. – Charmander... Würdest du gerne einen Nickname geben? – Oh, ähm – Was für einen Nickname? – Ähm... Nickname, sind immer so schwierig. in mannlich ist auch noch dazu. Na dann machen wir es wie fast immer in Bookman spielen. Guten Morgen. Ist wieder mit dabei. Das Book contains Bookman von New Trainers. You may not, I only take one. Gut, dann soll es Scrimander sein. Good night. Good night.